Begrüßen Sie bitte mit mir recht herzlich den Klimaforscher, Professor Stefan Rahmsdorff. Schönen guten Abend. Ich freue mich riesig, weil das meine erste Veranstaltung mit einem vor Ort präsenten Publikum seit Monaten ist durch die Corona-Krise, seither nur Online-Vorträge gehalten und auch Online-Meetings gemacht. Der Vortrag wird aber auch noch auf eine zweite Art besonders, denn das ist nicht mein normaler Titel, aber ich wurde eben gebeten, jetzt nicht nur einfach nur die Fakten darzulegen, die kennen natürlich viele auch schon, sondern auch so ein bisschen aus dem Leben eines Klimaforschers und meinen persönlichen Erfahrungen mit der öffentlichen Klimadebatte zu plaudern und ich habe da so ein paar Elemente auch eingebaut. Als Physiker komme ich allerdings an Fakten und Datenkurven auch nicht wirklich vorbei. Ich denke, das werden Sie mir sicher nachsehen. Zunächst aber möchte ich auf etwas hinweisen, was viele gar nicht wissen, nämlich dass Alexander von Humboldt einer der Ersten, vielleicht der Erste gewesen ist, der darauf hingewiesen hat, dass der Mensch das Klima verändert und zwar, wie er im Jahr 1843 geschrieben hat, durch das Fällen der Wälder und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie. Humboldt war eben in vielen Dingen seiner Zeit voraus. Vermutlich kannte er den Treibhauseffekt schon, denn der war schon im Jahr 1824 durch Joseph Fourier entdeckt und beschrieben worden, aber er hat sicherlich nicht ein detailliertes Bild der Energiebilanz unseres Planeten gekannt, wie wir es heute haben. Ich will jetzt nicht im Detail diese Grafik durchgehen, aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, die Energiebilanz unseres Planeten ist im Grundsatz gut verstanden. Sie wird ständig gemessen von Satelliten an der Oberkante der Atmosphäre, von einem weltweiten Strahlungsmessnetz am Erdboden und der Treibhauseffekt, der zeigt sich hier in der Rückstrahlung, die Sie hier sehen und das sind 324 Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche, die da runterkommen und das ist kein kleiner Teil, denn wenn Sie hier rüber schauen, die an der Oberfläche ankommende Sonnenstrahlung, absorbierte Sonnenstrahlung ist nur 168 Watt pro Quadratmeter. Der Treibhauseffekt ist stärker als die ankommende Sonnenstrahlung und das allein der natürliche Treibhauseffekt, ohne den unser Planet überhaupt nicht lebensfreundlich, sondern komplett gefroren wäre. Auch die Zunahme des Treibhauseffekts, die uns heute beschäftigt, ist einfach eine Messtatsache, das kann man nicht bestreiten. Diese Kurve zeigt einfach Messungen einmal von der tatsächlich gemessenen Zunahme der Rückstrahlung, die man am Boden messen kann im Vergleich zu dem theoretisch erwarteten Wert aufgrund der steigenden CO2-Mengen in der Luft und Sie sehen, die rote und die graue Kurve, die stimmen hervorragend überein. Der Treibhauseffekt funktioniert eben genauso, wie die Physiker es seit vielen Jahrzehnten beschrieben haben und was unter Physikern auch in keiner Weise umstritten ist. Das Problem ist, wie gesagt, wir verstärken diesen Treibhauseffekt, das zeigt diese berühmte Messkurve von Kieling, der Anstieg der CO2-Konzentration auf dem Mauna Loa in Hawaii. Kurz vor meiner Geburt begonnen diese Messkurve, da war der CO2-Wert noch bei 315 Watt pro Quadratmeter und inzwischen liegen wir schon bei etwa 400, nicht Watt pro Quadratmeter, PPM natürlich, 315 PPM, inzwischen liegen wir bei 415 PPM und da steht aber eine Zahl rechts oben dran. Dieser Anstieg macht einen Strahlungsantrieb von 2 Watt pro Quadratmeter. Das ist, wo die Energie herkommt, durch die es auf unserer Erde wärmer wird. Das ist die Energiequelle, erste Hauptsatz der Thermodynamik. Wenn es wärmer wird, muss irgendwoher die Energie ja kommen. Wir wissen die CO2-Werte übrigens auch weit zurück, fast eine Million Jahre sehr genau. Hier sehen Sie nur die letzten 10.000 Jahre, also den Verlauf im Holozen, wo wir im Wesentlichen einen für Zwischeneiszeiten typischen Wert von 280 PPM hatten, bevor der Mensch diesen Anstieg um inzwischen etwa 50 Prozent verursacht hat. Wenn wir jetzt vergleichen, diesen Strahlungsantrieb, also die Veränderung der Energiebilanz unseres Planeten durch verschiedene Faktoren, dann sehen wir, dass der vom Menschen verursachte Antrieb bei weitem am stärksten ist. Der liegt eben um die zwei Watt pro Quadratmeter. Das ist zum einen der CO2-Effekt, den wir ziemlich genau kennen. Das ist also etwa wirklich ziemlich genau bei zwei Watt pro Quadratmeter. Dass da deutliche Unsicherheiten in der Gesamtsumme noch bestehen, liegt daran, dass es weitere wärmende Effekte wie weitere Treibhausgase gibt. Es gibt aber auch weitere kühlende Effekte, insbesondere durch die Aerosolverschmutzung der Atmosphäre, die sich nur ungenauer quantifizieren lassen. Insbesondere der indirekte Effekt der Aerosole auf die Wolkenbildung bringt hier eine erhebliche Unsicherheit rein. Aber egal wo, ob sie am unteren oder oberen Ende dieses Unsicherheitsbalkens sind, der menschliche Effekt ist total dominant. Die natürlichen Veränderungen unserer Strahlungsbilanz sind verschwindend gering und in der Summe sogar noch negativ. Also die natürlichen Faktoren haben ganz leicht der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung entgegengewirkt. Und daher kann man schon sagen, gut 100% der modernen globalen Erwärmung sind vom Menschen verursacht. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die das bestreiten und behaupten, ja, die Klimaerwärmung, das liegt an der Sonnenaktivität. Hier ein Zitat von Fritz Fahrenholt übrigens, it's the sun, stupid. Diese Leute haben allerdings ein Problem. Die Sonnenaktivität hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts abgenommen und damit zu einer leichten Abkühlung beigetragen. Das Klima erwärmt sich aber immer weiter. Und die Lösung dieses Problems liegt meistens darin, wie auch in dem Buch Die kalte Sonne von Fritz Fahrenholt, wo der Titel schon andeutet, ja, kalte Sonne, schwache Sonnenaktivität, dass diese Abkühlung einfach noch nicht da ist, warum auch immer. Die kommt jetzt gleich und tatsächlich enthält das Buch auch eine konkrete Prognose, finde ich sehr lobenswert, nämlich die blaue Temperaturprognose, die Sie in diesem Buch finden werden, jetzt im Vergleich zu den tatsächlichen Messdaten. Das ist die am schnellsten falsifizierte Klimaprognose, die ich je gesehen habe und sie stammt eben auch nicht von der Klimawissenschaft, sondern von einem Herrn, der Manager bei RWE war, dem größten CO2-Emittenten Europas. Da ist vielleicht nicht ganz neutral die Einschätzung. In der Tat sehen wir in der Klimadebatte etwas Ähnliches wie bei der Debatte um das Rauchen, um die Schädlichkeit des Rauchens, da gab es auch solche wunderbaren Anzeigen und wunderbare Anhörungen vor dem Senat, wo die Chefs aller Tabakfirmen der Großen sagen, nein, Tabak macht nicht süchtig. Das Video zeige ich auch immer manchmal ganz gerne und es gibt vor allem auch eine sehr detaillierte Untersuchung von der Harvard-Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes, die gezeigt hat, dass es einen kontuierlichen Pfad von der Leugnung der Folgen des Tabakrauchens zu der Leugnung der Folgen der CO2-Emissionen gibt. Das sind zum Teil, zum erheblichen Teil dieselben Menschen gewesen, dieselben PR-Agenturen, dieselben Methoden, mit denen die Öffentlichkeit über die wahren wissenschaftlichen Fakten hier verwirrt wird. Und es gibt ein ganz aktuelles deutsches Buch dazu, kann ich nur empfehlen, die Klimaschmutzlobby, wo man das nochmal nachlesen kann. Es ist wirklich erschreckend, auf welche Weise eben da auch wir Wissenschaftler diskreditiert werden und die Öffentlichkeit einfach mit Nebelkerzen verwirrt wird. Doch kommen wir wieder zu den tatsächlichen Messdaten zurück. Das ist also kein Kunstwerk, sondern eine Möglichkeit, den Verlauf der globalen Temperatur seit 1880 darzustellen. Jeder Streifen zeigt die Temperatur eines Jahres. Die blauen Jahre sind natürlich die kalten und die roten die warmen, aber hier nochmal die konventionelle Art, eine solche Entwicklung zu zeigen. Wer also, sagen wir mal, nach 1990 geboren ist, der hat in seinem ganzen Leben noch nie ein relativ kühles Jahr erlebt, sondern nur noch überdurchschnittlich warme Jahre. Und diese Erwärmung ist übrigens vorhergesagt worden. Es gab schon 1965 den ersten offiziellen Bericht für die damalige US-Regierung, der davor gewarnt hat, dass durch die CO2-Emissionen eine globale Erwärmung kommt, das Eisschmelzen wird, der Meeresspiegel steigt. All diese Dinge können Sie schon in dem berühmten Revell-Bericht von 1965 nachlesen. Und 1988 dann hat der berühmte NASA-Klimaforscher Jim Hansen zum ersten Mal vor dem amerikanischen Kongress erklärt, die globale Erwärmung, die wir lange vorhergesagt haben, die hat jetzt begonnen, wir sehen sie jetzt in den Daten. Damals war ich gerade an meiner Doktorarbeit dran in Neuseeland, in der Ozeanographie und ich erinnere mich noch sehr gut, wie Jim Hansen damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil es gab einige konservative Professoren, die gesagt haben, na, wenn er sich da mal nicht zu früh aus dem Fenster gelehnt hat, also die haben zwar nicht bezweifelt, dass es eine globale Erwärmung geben wird, aber man war eben so ein bisschen noch nicht überzeugt, dass man sie jetzt schon tatsächlich nachweisen kann in den Messdaten. Inzwischen gibt es daran natürlich überhaupt keine Zweifel mehr. Und auch sehr interessant, Experten der Firma Exxon haben diese Erwärmung auch vorher gesagt, hier ist ein internes Dokument aus einer internen Exxon-Präsentation, die für die Geschäftsleitung im Jahr 1982 gemacht wurde, wo vorausgesagt wurde, der erwartete CO2-Anstieg und der erwartete globale Temperaturanstieg. Das sind die beiden Kurven, die Skalen sind links für CO2, rechts für Temperatur. Ich habe mal die tatsächlichen Messdaten, den tatsächlichen Verlauf drüber gelegt und da sehen Sie, Exxon hat noch etwas mehr CO2-Anstieg und etwas mehr Temperaturanstieg erwartet, als wir jetzt beobachten, aber im Wesentlichen eine sehr, sehr gute Prognose. Und es geht sogar noch weiter, sogar schon früher hat der Exxon-Forscher James Black im Jahr 1977 auch in einer Präsentation vorhergesagt, dass es ein sogenanntes Superinterglazial geben wird aufgrund der CO2-Emissionen. Das ist dieser kleine Peak der Temperatur. Was Sie hier sehen, sind übrigens 150.000 Jahre Klimaentwicklung. Kannte man damals schon vorletzte Eiszeit, dann das Ebeninterglazial, also eine Warmzeit, dann geht es runter in die nächste Eiszeit, dann hoch ins Holozehn und Black hat vorgerechnet, wir werden die Temperaturen des Holozehn überschreiten und nicht nur die, sondern auch die des letzten, das Ebeninterglazial, was noch etwas wärmer war als das Holozehn. Und heute wissen wir, dass er vollkommen recht hatte damit. James Black war übrigens entsetzt darüber, wie die Firmenleitung von Exxon auf diese Erkenntnisse reagiert hat, nämlich indem sie der Öffentlichkeit verschwiegen hat und stattdessen eine Kampagne gestartet hat, um die Gefahren der CO2-Emissionen herunterzuspielen, die Jahrzehnte angehalten hat. Die modernsten Daten, die wir heute haben aus Jahrzehnten der Paläoklimaforschung mit Sedimentbohrkernen, Eisbohrkernen und so weiter, zeigen, dass die Temperaturen heute höchstwahrscheinlich bereits über dem liegen, was jemals im Holozehn geherrscht hat, also in der gesamten menschlichen Zivilisationsgeschichte. Diese Grafik hat vorletzte Woche der Östen Terli, der ZDF-Wetterpräsenter, in seiner Sendung gezeigt. Er wurde daraufhin sofort wieder aus der erwarteten Ecke massiv angeschossen. Die Welt hat geschrieben, das ZDF würde Desinformation betreiben, das sei eine Ente, das sei eine Schnurre. Ich habe dazu etwas getweetet, das ist natürlich einfach Trump-Manier, also die Medien müssen Fake-News-Medien sein, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man es erwartet. Es wurde da behauptet, die Grafik sei unwissenschaftlich, weil sie nicht in der Fachliteratur erschienen sei, was aber nicht stimmt, die ist in der Fachliteratur erschienen. Und ja, mein Tweet ging durch die Decke, ging viral und es haben sich offensichtlich sehr viele Wissenschaftler, die sich auf Twitter tummeln und so weiter, entsetzt geäußert zu diesem Weltartikel bis zu dem Punkt, wo der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschert, eine organisierte Kampagne vermutete, der Klimaforscher in Anführungszeichen, Herr Poschert schreibt, Klimaforscher jetzt immer in Anführungszeichen, die der AfD oder der Antifa in nichts nachsteht. Sehr interessant, hätte ich nicht erwartet, dass der Chefredakteur einer deutschen ehemals Qualitätszeitung so tief sinken könnte. Kommen wir wieder zur Wissenschaft zurück. So sah die Eisdecke auf dem Arktischen Ozean noch Mitte des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts aus. Inzwischen sieht es eher so aus, etwa die Hälfte der Eisfläche ist bereits verloren gegangen. Die Dicke hat sich auch etwa halbiert, sodass von der Eismasse auf dem Arktischen Ozean schon etwa drei Viertel geschwunden sind. Gestern hat die Polarstern den Nordpol erreicht und keine dicke geschlossene Eisdecke vorgefunden, nicht mal am Nordpol, sondern dünnes Eis gemischt mit offenen Wasserflächen. Können Sie im Internet anschauen, die Fotos, es ging gerade durch die Medien. Und die meisten, die hier sind, werden sicherlich auch dieses noch erleben. Das kann sich nur noch um wenige Jahrzehnte handeln, bis wir kein Eis auf dem Arktischen Ozean mehr im Sommer haben. Im Winter, in der Polarnacht friert das natürlich wieder zu, aber das wird das Ökosystem ganz massiv verändern. Und nicht nur das, sondern das beeinflusst auch unser Wetter bei uns in Mitteleuropa, verändert den Verlauf des Jetstreams. Das sind gerade mit die spannendsten Forschungsthemen in unserem Feld. Die Erwärmung seit Beginn des 20. Jahrhunderts sieht so aus, fast der ganze Planet hat sich erwärmt, also der Begriff globale Erwärmung ist dadurch vollkommen gerechtfertigt. Mit einer Ausnahme, kein gallisches Dorf, aber ein Flecken im nördlichen Atlantik, der sich gegen den globalen Trend abgekühlt hat. Auch das haben die Klimamodelle übrigens vorhergesagt, dass das passieren wird, aufgrund der Abschwächung des Golfstromsystems, was genau in diese Gegend massig Wärme transportiert, die Gegend, die sich eben jetzt abgekühlt hat im subpolaren Atlantik. Da halte ich oft gerne ganze Abend Vorträge über nur dieses Thema, weil es eines meiner wichtigsten Forschungsthemen ist. Dazu haben wir heute nicht Zeit, sondern ich will noch ein paar Beispiele für die Folgen dieser Erwärmung für uns Menschen zeigen. Und das Erste sind natürlich Hitzewellen. Die Zahl der monatlichen Hitzerekorde wie wärmster August seit Beginn der Aufzeichnung etwa hat sich verfünffacht im Vergleich zu dem, was man ohne Klimaerwärmung in einem stationären Klima erwarten würde. Die Hitzewelle 2003, zum Beispiel der Jahrhundertsommer, der sogenannte, hat 70.000 Hitzetote in Europa gefordert. Und wenn wir das vergleichen mit den Sommertemperaturen seit dem Jahr 1500, die kennen wir in Europa aus verschiedenen Quellen. Und hier nach rechts sind die warmen Sommer, nach links die kühlen Sommer aufgetragen. Und dann gibt sich so eine Häufigkeitsverteilung, das ist diese Treppenfunktion. Dann sieht man also zunächst mal ist die Verteilung so ähnlich wie eine Gauss-Verteilung, also Normalverteilung, wie man das auch erwartet. Aber das, was dann da am rechten Rand passiert ist, dass in den letzten Jahren da immer weiter die Werte rauslaufen aus der Normalverteilung. Und die heißesten Sommer sind da gelistet, die sind alle seit der Jahrtausendwende passiert. Das hat natürlich mit Zufall gar nichts mehr zu tun, sondern ist eine logische physikalische Folge der Erwärmung, die aber uns Menschen wirklich trifft, weil Hitzewellen stille Killer sind. Extremregen nimmt auch zu, wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen, einfache Physik, pro Grad Erwärmung ist da 7% mehr Wasser in einer gesättigten Luftmasse, was sich dann abregnen kann. Und die Messdaten der Niederschlagsrekorde weltweit zeigen eben auch eine deutliche Zunahme von solchen extremen Niederschlagsereignissen. Gleichzeitig nimmt aber auch Trockenheit zu, also das sind einmal natürlich auch regionale Unterschiede, in manchen Gegenden wird es trockener, in anderen nasser, aber man kann auch nicht die Extreme mit den mittleren Veränderungen so direkt in Zusammenhang bringen. Es können also die mittleren, also die Jahressumme der Niederschläge durchaus zunehmen und trotzdem nimmt auch die Dauer und Intensität von Dürreperioden zu. Und insbesondere betrifft das die subtropischen Regionen, Beispiel Australien, da gab es ja diese verheerenden Feuer, die so auch schon im vierten IPCC-Bericht von 2007 vorhergesagt worden sind für Australien. Diese Feuer sind passiert, nachdem in Australien das wärmste Jahr und das trockenste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen passiert ist, was überall in diesen dunkelorangenen Farben, also fast ganz Australien hat diesen Rekordbrandgefahrenindex erreicht aufgrund dieser Trockenheit und Hitze. Im Moment erleben wir dasselbe in Kalifornien, übrigens hat es in Australien jetzt auch schon wieder angefangen zu brennen, also sehr früh in der Saison, aber Kalifornien ist von massiven Feuern betroffen, war das auch vor einem Jahr. Trotzdem gibt es immer noch Menschen, auch prominente Wettermoderatoren, die behaupten, Wärme hätte überhaupt keinen Einfluss auf die Brandgefahr. Das ist natürlich wissenschaftlicher Unsinn, ich habe das hier in meinem Blog erklärt, das kann man dort gerne nachlesen. Diese Trockenheit betrifft bei uns in Europa insbesondere den Mittelmeerraum, das zeigt wiederum Messdaten, die aber genau das zeigen, was auch die Klimamodelle vorhergesagt haben, nämlich dass der Mittelmeerraum austrocknet durch die globale Erwärmung und das betrifft dann natürlich auch ein Land wie Syrien, das sehen Sie hier und vor Beginn der Massenproteste und Unruhen dort im Jahr 2011 hat Syrien die schlimmste Dürre seiner Geschichte erlebt und es gibt seriöse Studien, die da einen Zusammenhang sehen, nicht nur natürlich zwischen dieser Dürre und der globalen Erwärmung, der es gut erhärtet, sondern auch der sozialen Folgen der Binnenflüchtlinge, die sich in Syrien ergeben haben, dort zu politischer Unzufriedenheit mit dem Assad-Regime beigetragen haben, die sich ja vorher auch schon vorhanden war, aber die dann auf die Spitze getrieben worden ist, weil die Regierung den Dürreopfern nicht geholfen hat und so kann eben ein Land durch eine Naturkatastrophe in Anführungszeichen wie eine Dürre mit Ernteausfällen dann zu einem Failed State werden. Noch eine letzte Folge der Erderwärmung, auch simple Physik, ist der Meeresspiegelanstieg, denn wenn es wärmer wird, dehnt sich Wasser aus, das Meerwasser dehnt sich aus und wenn es wärmer wird, schmilzt Eis und das Kontinentaleis schmilzt. Der Meeresspiegel ist seit Beginn der Industrialisierung, kann man sagen, um mehr als 20 Zentimeter gestiegen und in den mindestens zwei Jahrtausenden davor war er ziemlich stabil, wie wir auch aus Sedimentdaten aus verschiedenen Kontinenten wissen. Auf Dauer, also Sie sehen hier erstmal die Projektion bis zum Jahr 2100, da unterscheiden sich diese beiden Szenarien noch gar nicht so arg. Blau ist übrigens das Paris-Szenario und Rot ist ein Szenario mit weiter wachsenden Emissionen. Im Paris-Fall, wenn wir die globale Temperatur unter zwei Grad stabilisieren können, verhindern wir nur, dass der Meeresspiegelanstieg sich weiter beschleunigt. Er wird Jahrhunderte weiter gehen, weil es einfach sehr lange dauert, bis das Eis schmilzt und bis zum Jahr 2300, dann unterscheiden sich diese Szenarien ganz massiv. Mit dem Pariser Abkommen können wir den Anstieg wahrscheinlich auf etwa einen Meter begrenzen, wenn wir aber die Emissionen weiter wachsen lassen, dann landen wir bei mehreren Metern globalen Meeresspiegelanstieg und werden viele große Küstenstädte aufgeben müssen. Wie zum Beispiel hier die Hauptstadt der Malediven, Hauptinsel Mali. Die Malediven bauen bereits an einer künstlichen Insel, die sie aufschütten, um große Teile der Bevölkerung umzusiedeln, die dann zwei Meter höher liegen soll. Das ist natürlich nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Den Großteil der Küstenlinien der Welt kann man nicht auf diese Weise schützen. Natürlich gibt es auch hier Skeptiker, mit denen ich zu tun hatte. Schönes Beispiel Björn Lomborg, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist durch seine vielen Medienkommentare. Fachliteratur, wissenschaftliche Studien hat er nicht publiziert seit seiner Doktorarbeit. und er hat hier im Guardian geschrieben 2008, dass der Meeresspiegel ja gar nicht steigt und warum erzählen uns die Klimaforscher nicht, dass das alles viel besser ist als erwartet? Weil es Quatsch ist natürlich. Er hat einfach hier eine kurze Phase von stabilem Meeresspiegel eben zwei Jahre herausgepickt. Es ist danach dann natürlich so weitergegangen, schon als der Artikel erschienen war, diese kurze Pause eigentlich vorbei. Was ich da besonders nett fand, war, dass er den Artikel betitelte Let the data speak for itself. Nur hat er sie leider nicht gezeigt. Ich habe dann in meiner Replik die Messdaten gezeigt und dann war natürlich klar, was für ein Quatsch das wieder ist. Da wird wieder der Öffentlichkeit einfach nur Sand in die Augen gestreut. Warum? Ja. Lomborgs Kopenhagen Consensus Center wird von sehr finanzkräftigen rechten Thinktanks in Stiftungen finanziert. Ja, sein Jahressalär hätte ich vielleicht auch ganz gerne. Es lohnt sich, wenn man den Klimawandel leugnet oder zumindest herunterspielt. Heute gibt es ja kaum noch welche, die den Klimawandel rundheraus abstreiten und auch die anthropogene Ursache eigentlich nicht mehr. Das war früher einmal so, dass das bestritten wurde. Inzwischen geht es ja hauptsächlich darum, die Folgen herunterzuspielen. Wenn wir aber jetzt mal die Folgen wirklich kennen wollen und in die Zukunft schauen wollen, dann brauchen wir Klimamodelle. Hier ist ein Beispiel aus einer solchen Modellsimulation und das ist von der NASA übrigens. Und da sehen Sie das ganze Wettergeschehen, wie wir es eben auch aus den Messungen kennen. Das bildet auch ein Klimamodell ab. Man sieht Tiefdruckwirbel, man sieht auch den einen oder anderen Hurricane. Und mit solchen Modellen rechnen wir dann diese Zukunftsszenarien. Das heißt, wir fügen diesem Modell einfach mehr CO2 zu oder auch andere Treibhausgase und schauen, was dann passiert. Da kann man natürlich nach dem Wenn-Dann-Prinzip eine Menge Szenarien durchspielen. Das Blaue wäre jetzt ein Paris-kompatibles Szenario. Das heißt, wir begrenzen die Erwärmung unter zwei Grad. Das Rote ist so der schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann, wenn die Emissionen weiter in den Himmel wachsen. Und es gibt hunderte, die dazwischen alle gerechnet worden sind. Also man kann eben mal alle Varianten durchspielen. In Paris wurde eben zum Glück beschlossen, auf diesen blauen Pfad einzuschwenken. Das ist sicher ein historischer Erfolg in der Menschheitsgeschichte, dass sich alle Staaten geeinigt haben auf Maßnahmen, von denen sie genau wussten, dass die das Wirtschaftssystem erheblich umkrempeln werden. Und dass es bedeutet, auf Nullemissionen von CO2 zu gehen. Nämlich, man hat sich geeinigt, den Temperaturanstieg deutlich unter der 2-Grad-Grenze zu stoppen und Anstrengungen zu unternehmen, ihn sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und das ist ja auch genau die Kernforderung, die die jungen Menschen von Fridays for Future auf die Straße tragen. Die sagen, haltet einfach das Pariser Abkommen ein. Da habt ihr euch alle drauf geeinigt, alle Staaten. Der Bundestag hat das einstimmig gebilligt. Jetzt macht mal, macht eure Hausaufgaben. Und ich finde diese Forderung natürlich vollkommen berechtigt. Danke. Zum Schluss möchte ich aber Ihnen noch erklären, was das bedeutet. Denn wenn wir die Temperatur begrenzen auf einen bestimmten Wert, egal ob 1,5 oder 2 oder selbst 3, dann bedeutet das, wir haben nur noch ein bestimmtes Restbudget an Emissionen von CO2 zur Verfügung, die wir uns noch erlauben können. Weil CO2 sehr lange in der Luft bleibt, über 10.000 Jahre sind immer noch große Teile des CO2 in der Luft, von dem, was wir heute ausstoßen. Und, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Ja, weil, genau, und weil das Ausmaß der globalen Erwärmung eben von den kumulativen Emissionen abhängt, von der Gesamtmenge, die wir seit Beginn der Industrialisierung verursacht haben. Und wenn Sie da ein Limit ziehen wollen für den Temperaturanstieg, bedeutet das nur noch eine Restmenge an CO2. Und die ist hier aufgezeigt in einer Studie, an der ich auch beteiligt war. Ich habe auch diese Grafik gemacht, haben wir 2017 in Nature publiziert. Die durchgezogenen bunten Linien zeigen ein CO2-Budget ab 2016 gerechnet, damals mit dem man eben so etwa bei 1,5 Grad landet. Und das ist bei all den drei Linien das Gleiche, 600 Milliarden Tonnen CO2-Ausstoß. Wir stoßen übrigens 40 Milliarden pro Jahr aus, nur um das mal in der Perspektive zu setzen. Und das zeigt aber den Unterschied zwischen ein paar Jahre abwarten und sofort absenken. Und Sie sehen, mit der blauen Kurve hätte man noch recht langsam runterfahren können. Mit der gelben, mit dem Peak in 2020 dieses Jahr, muss man schon steiler runterfahren. Und zwar auch, weil einem der Zeitpunkt der Nullemissionen dann entgegenrückt, weil es eben auf die Fläche unter diesen Kurven ankommt. Das ist das Budget. Und mit der roten Kurve kann man es gar nicht mehr schaffen. Da muss man von Maximum auf Null innerhalb von zehn Jahren, das kann überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir haben das schon 2007 im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen der Bundesregierung vorgerechnet. und in einem Gutachten gesagt, deswegen müssen wir bis spätestens 2020 das Maximum der weltweiten Emissionen überschritten haben. Das war sogar auf der Titelseite der BILD 2007 eben, hieß es, wir haben nur noch 13 Jahre, bis wir den Wendepunkt erreicht haben müssen. Es war natürlich kein geheimer Klimabericht, sondern einer, den Sie jederzeit runterladen können und der den Abgeordneten des Deutschen Bundestags als Bundestagsdrucksache auf den Tisch gelegt wird. Aber gehandelt hat man eben doch leider nicht entsprechend. Für Investoren bedeutet es, wir können von den fossilen Ressourcen, die im Boden sind, nur noch einen sehr kleinen Bruchteil nutzen. Stranded Assets für die Besitzer fossiler Ressourcen. Die kämpfen natürlich dafür, so viel wie möglich davon noch verkaufen zu können. Was bedeutet das für Deutschland? Wenn man, das ist jetzt Klimagerechtigkeit, wenn man sagt, das Restbudget, was wir zum Zeitpunkt des Pariser Abkommens hatten für die Welt, das verteilen wir jetzt mal gleich auf gleicher Pro-Kopf-Basis über die ganze Welt, dann würde das für Deutschland bedeuten, dass wir so viel noch übrig haben ab 2019, wie diese grüne Fläche zeigt, nämlich 7,3 Gigatonnen, fast die gleiche Rechnung hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung auch gerade in diesem Frühjahr vorgerechnet, also nicht meine Privatrechnung hier. Und es bedeutet eben im Vergleich zu den Minderungszielen der Bundesregierung, die 2050 auf Null sein will, ja, das reicht einfach nicht, wir müssten eigentlich doppelt so schnell reduzieren. Und wenn man dann hört, ja, aber Deutschland kann ja doch nicht vorangehen, wir sind in den OECD-Staaten im hinteren Mittelfeld, was die Treibhausgasminderung der letzten 15 Jahre anging. Also die Vorstellung, irgendwie Deutschland sei ein Vorräter, ist einfach nicht durch die Fakten gedeckt. So, jetzt komme ich zu meinen Schlussfolgerungen, die Klimakrise ist real, sie ist von uns verursacht und sie ist vor allem dringend, das kann eigentlich, bestreitet kein ernstzunehmender Wissenschaftler, das ist Konsens in der Wissenschaft und die Folgen spüren wir schon heute. Das ist nicht eine Zukunftsprognose, wir stecken mitten in der Klimakrise drin, extreme Ereignisse, Ernteausfälle, in Deutschland haben wir jetzt massive Dürre, anderswo brennt es, Hurricanes zerstören ganze Inseln wie Puerto Rico. Also wir stecken mittendrin in der Klimakrise und deswegen ist es so wichtig, das Pariser Abkommen jetzt endlich ernst zu nehmen und umzusetzen und leider bedeutet das eben weltweit Null Emissionen spätestens 2050, aber da es auf die Gesamtmenge ankommt, eben auch ab jetzt dann runterfahren und leider reicht eben das Tempo der weltweiten Bemühungen, diese Emissionsminderung zu erreichen, bei weitem nicht aus. Und damit bedanke ich mich dafür, dass Sie den schlechten Nachrichten so lange zugehört haben und wünsche Ihnen trotzdem noch viel Spaß bei dem heutigen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.